hallo hallo leute ich bin wieder da und zwar jetzt hier mit dem ehring an meinem finger bisschen verschoben ja auch kleinste handstelle der welt ich habe euch versprochen bei 5000 subscriber erst mal vielen lieben dank dafür bei 5000 subscriber habe ich gesagt mache ich einen stream wo ich mal wieder mit meinen ja wir uns spiele und zwar wird das morgen der fall sein am 24.2 ab circa 12 uhr welchen account die enden zwar weiß ich noch nicht weil ich wirklich meinen zweiten account nehmen das sage ich euch dann ganz einfach am anfang des streams und ja ich hoffe ihr seid morgen alle da ich kann bis um viertel nach vier ungefähr spielen also wir haben ungefähr vier stunden zum zocken weil schatzi muss danach in seinen deutschkurs der hat immer mutter und mittwoch abends deutschkurs damit ihr halt mehr deutsch lernen und wir sehen uns dann morgen ich hoffe ihr seid alle dabei und es wird kein flop und ich wünsche euch noch einen schönen Tag ciao ciao